Um 8 Uhr steht Martin auf. Um 8.30 Uhr frühstückt er. Um 9 Uhr fährt Martin mit dem Auto zur Arbeit. Um 9.30 Uhr fängt er mit der Arbeit an. Martin liest und schreibt viele E-Mails. Um 10.30 Uhr ruft er Frau Körner an. Er vereinbart einen Termin. Von 13.00 bis 13.30 Uhr macht Martin Mittagspause. Er geht in die Kantine. Von 13.30 bis 17.30 Uhr arbeitet Martin wieder. Er hat eine Besprechung mit Frau Müller. Danach übersetzt er zwei Briefe aus Italien. Um 17.30 Uhr hat Martin Feierabend. Er fährt in die Stadt und kauft im Supermarkt ein. Zu Hause kocht er Fisch zum Abendessen. Ab 19.00 Uhr sieht Martin fern. Er sieht Nachrichten und einen Spielfilm. Um 22.30 Uhr geht er ins Bett. Er steht in der Stadt. threw ein Hecht. Vielen Dank.